und Schaut euch. Oh, ich punche. Hey Leute, hier ist mal wieder der Drak- Ey, nochmal. Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray und heute spielen wir die Kasten-Zombie-Karte Underwater und mit dabei ist der Richthof von Dominik und der It's Toast, ähm, Daniel. Hallöchen. Dominik. Leo Hallo. Äh, Ben Karte von schon folgendem mal kurz gespielt. Sind aber gestorben oder wird zu zweit gespielt haben. Es war nicht so leicht, ja. Und kann man dann aufkaufen? Dahinten, da unten. Soll ich mit Thompson holen oder? Nein, aufkaufen. Kaufmann als mehr auf. Deine Pistole ist vollautomatisch. Äh, warte, hier ist er. Das ist ein schöner Hai. Dominik, du bist zu ruhig. Ich weiß schon, ich konzentriere mich grad. Wenn keine Zombies kommen. Doch, einer. Ja. Keiner. 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 Kann man jetzt schon punkte. Stimmt, hab ich noch gar nicht gemacht. Natürlich geht es. Ha, ich hab schon. Hau ab. Ey, die Pistole ist übel schwach, Mann. Ich drück einfach da unten halt. Kaboom. Loh, ist lag, ist lag, ist lag. Äh, was war denn das jetzt? Nichts bei dir auch? Ne. Oh, die Hörte tötet mich ja fast. Ach, stell dir vor. So viel zum Thema. Die Pistole ist gut. Ja, hier nicht, aber, ähm, in anderen Maps. Sonst ich jetzt die Thompson oder eher die Arkham? Ähm, muss ich selber wissen. Ah ja, der, äh, Daniel spielt heute zum ersten Mal Custom Zombie. Und, ja, hm, hm. Oder auch. Egal. Spät. Ich hab jetzt... Nein, falscher Knopf. Ich hab aus Versehen die Thompson gekauft. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja. Läusle, ey. Ich kann mich grad nicht so gut bewegen. Dann ist yo PC Bullshit. Ah, ne, da stehst du. Ich würdest sagen, wir gehen jetzt dann mal weiter, oder? Hey, ich bin... Egal. Wa... Was? Ich denk mir die ganze Zeit, wieso kann ich nicht laufen? Jo... Ich hab kein Geld. Hey, Daniel, das ist Schleichwerbung, das mein ich damit. Wenn ich sag Schleichwerbung und du bist totlöser. Ich hätt die Galil kaufen sollen. Kauf's mal die nächste, Dominik. Schaut euch diese Schleichwerbung-Kinder an. Dominik. Go. Ey, du leckst von mir rum, Dominik. So, okay, hier sind wir vorhin gestoppt. Ich pass auf die Treppe auf. Ich bin noch hier unten. In diesem High-Tunnel. Wir lassen die Tür für 750 erstmal zu, ne? Zu Deadshot. Ja. Dann kommt die nur von der Treppe. Von vorne. Das ist ein bisschen einfacher. Ja. Du hast Seiten hier alle. Hilfe. Ey. Na, ich bin schon wieder auf dieses komische Text halt gekommen. Dann kommt er halt nicht mehr drauf. Schleichwerbung. Total. RR. Das kannst du auch bei Dragon Ray machen. Rettest du ihn? Danke. Huch. Der rennt ja. Na, letzter halt. Hm, auch. Lohnt sich? Auch. Ja. Komm, oben ist die Kiste, also. Komm, oben ist die Kiste, also. Ach so. Ach so. Ich pass auf die Treppe auf und kann. Wir können alle nur von der Treppe aufpassen. Nein. Hier noch. Ja. Komm, ein Spawn da. Was ist das? Ah ne, die Bar. Glauben nicht, wenn du da unten stirbst, ne? Ey, in den Spawn kann man hier rauslaufen. Stimmt, wir können auch hier in dem Gang stehen bleiben. Das MO 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 MO. Junge, Junge, Junge. Dominic, wir bleiben hier immer stehen. Die können ja nur nicht richtig von hinten kommen. Und schon mal setzen wir immer E-Jugger. Ja, ich sehe ja diesen einen Mini-Spawn hier. No problem. Jugga, 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 Jugga. Ich hab die ganze Zeit Zombies hinter mir. Die sind hier unten bei uns. Merks. Jugga, Jugga. Jugga, 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 Jugga. Jetzt muss ich mal Jugga. So, jetzt kann ich wieder hochgehen. Ja, dann lasst du mir noch ein paar Kills. Ja, mir auch. Ja, ich geh sowieso grad mal hoch, weil dann könnt ihr die dort killen. Als erstes, lass mal mich gönnen. Ja, gönn dir. Es kommen genügend von uns alle. Später schon irgendwann, ja. Ja, er läuft extra meine Schussbahn. Ne, ja. Ey, ich sag doch gönn, lass erst mich gönnen. Nicht nehmen. Oder kommt ja gar nicht. Ja, du hast genügend Geld. Ja. Leute, wenn ihr da unten sterbt, ne? Falscher Knopf. Bist du eigentlich behindert? Wieso? Das gibt 800. Alter, Leute. Ja, ich wollte mich nicht hinlegen, das war behindert. Max, Elmo ist bei mir. Ja, okay, nimm, nimm, nimm. Sechst, Elmo! Duuuss! Leute, ihr guidet euch da unten alle Kills? Ja, ich kann mir bald... Nein, ich kann mir keinen Juggler leisten. Nimm jetzt auch nur runter, ich will auch ein paar Kills. Oh, ich bleibe befroben. Passt schon. Der G-X ist alleine hier, an einem Einsporn, wo kaum was rauskommt. Ich habe mir einen genoggert. Hallo. Danke. Auf der Map gibt es wirklich alle Perks, die du dir jemals vorstellen kannst. Daniel. Okay. Ich komme gleich runter. Bei mir oben kommt kein einziger. Ja, der Spawn da oben ist voll behindert. Ah, ah, ah. Ich wollte den Juck liegen lassen. Dead movement. Okay, wie viele Juck's noch? Spawned enough? Ja. Natürlich spawned enough. Also, ich mache es lieber mit so einer Zombie-Anzeige unten. Ja, das ist nicht auf jeder Map. Ja, voll schade. Jetzt kann man schon punchen. Boah, Thompson, ey. Ernsthaft. Was? Ja, ich bekomme nur Scheiße in der Küste. Ich habe eine Bar, also. Das ist so eine Waffe, die sich jeder wünscht. Oh, Räger oder so. Geht der eigentlich? Gibt es hier dort Granite? Ja, gibt es alle Perks, ab so, ab so, ab. Keine Ahnung, was alle Perks sind. Alle Perks sind, alle Perks. Wo kam der denn her? Ihr von oben. Hä? Hallo. Es kommt gar keiner. Das spawnen die alle bei euch. Wahrscheinlich kommt es gerade alle von hinten. Na, bei mir nicht. Wo seid ihr gerade? Ich bin oben. Ach so, deshalb kommt hier unten keiner rein. Ich glaube, es hat andere Gründe. Ja, weil du hier stehst. Ich bin ganz vorne hier, Mann. Ich denke, wir sind hier so viele, kommt da nichts. Das spawnen die woanders. Ja, bei mir hier vorne, Mann. Soll ich punchen? Nein, war Spaß. Ich kaufe mir die Tür hier unten auch dann. Oder was für Waffen gibt es noch? Ich gehe in die Kiste mal. Ist die Galilie hier stark? Ich habe keine Ahnung. Ja, die ist echt gut. Die kaufe ich mir jetzt. Am Ende, ich gestern die Kiste. Vielleicht kriege ich es aus der Kiste. Kommt's mal auf Insta. Ist auch gut. Oh, die FG42. Ich muss mal kurz testen, wie stark der ist. Bei Insta-Kill, okay. He, he, pssst. Ja, läuft das alle da hoch. Stucki jetzt. Max Ammo. Da können nicht alle hier stehen bleiben. Und ganz oft spawnen hier schießen. Und wir halten immer die Barrieren zu. Einen auf der anderen Seite, ich auf der Seite hier. Auf, Leute, macht mit. Wir spawnen eh nur alle hier jetzt. Bis jetzt noch. Kannst du mal weggehen? Geh weg. Oh, sorry. Achso, ich habe gerade mal zu mich. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Ich bin tot. No. Läuft bei dir, würde ich sagen. Hey, beschützt, beschützt doch. Ja, mach, mach. Keine Muni mehr. Ich muss noch mal an die Kiste gehen. Da-da-dam, da-da-dum. Ah, jetzt finde ich die mit gar nicht so schwierig zu tritt, irgendwie. Zu zweit was schwieriger, irgendwie. Trench Gun. Nee, die will ich nicht. Ich gehe nicht mehr so weit vor. Kiste, 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 Kiste. Die Enfield. Mal gucken, wie stark die so ist. Oh ja, schon ordentlich stark. Ich glaube, bei der Map geht es irgendwie doch, um alle Perks zu kaufen. Ich würde mir... ...japanchen, bevor ich alle Perks habe. Weil ich eh down gehe. Ich komme mal kurz runter. Nee, bei den Zombiespawns lag bei mir. Ja, ja, lag bei mir auch. Aber sonst geht's. Ja, die Enfield ist gar nicht so schlecht. Das Koffeln die Tür hier auf. Dann gibt's doch mal ein Zombiespawns. Lauf. Nice, Mann. Oh, die Bars. Blockier mich nicht. Du bist da an der Ecke festgestattet. Leute, ich habe schon fast alle Perks. Ich habe noch nie mal eine gescheite Waffe. Ich habe sechs Perks, Mann. Ich habe Thompson und eine leere Bar. Ich habe Thompson und die Enfield. Ich habe Stammon Up, Quick Arrive, Double Tap, Deadshot, Jugga, Speed Cola. Ey, das Punchen bringt gar nichts. Die Waffe sieht genauso aus wie vorher und alles. Echt jetzt? Ja, null. Also, auch nichts von den Schüssen her oder so. Es hat sich nichts verändert, außer dass die Stärke ist. Ich stacke. Ich habe mir jetzt die Garil gekauft, weil ich nichts anderes habe. Ich kaufe mir jetzt alle Perks, Mann. Braucht ihr das? Nein. Zu spät. Ich glaube, ich punche mir die Enfield. Ich komme mal runter, Mann. Bei mir kommen keine Zombies. Nee, da oben in der Ecke ist mir zu brutal. Da oben oder was? Ja, wo die Zombies spawnen. Geh runter, geh runter. Ich bin runter. Hey, Leute, ich muss punchen. Ich bin von dem Universum. Ja, lauf da durch. Ich komme schon. Schießt du schon mit deiner gepanschten Waffe? Ja. Welcher hast du gepanscht? Ähm, Galil. Okay. Ich muss gleich punchen. Zombie, wo bist du? Wo ist der Zombie? Ey, Hauptsache, ich bekomme fast keinen Keller ab. Wo ist der Zombie, Leute? Nein. Gib ihn mir bitte. Was hast du die Kiste? Wo ist der? Ach, da ist die Kiste. Was hast du bekommen? AK-74U. Und da kommt so ein Geräusch. Ist die Kark gut? Heißt das ja oder nein? Was ist denn das für ein Fail? Was ist denn das? Ja, der hat nicht... Der übelst den Bug, den wir beim Nachladen. Geil, ich habe nur noch die Kark. Also da verschwindet die Waffe und keine Ahnung, was so passiert. Also ist die jetzt stark? Nein, die ist scheiße. Ey, die AK-74U ist, glaube ich, gepuncht. Leute, ich muss punchen. Schafft ihr es, mich zu beschützen? Nein. Ich habe keine Muni mehr, Mann. Dann kaufte die die Galil oder so. Du hast Muni? Du schießt noch. Jetzt habe ich noch mehr Schiss in der Kark. 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 Lass mich durch. Ich muss punchen von hinten. Ich gehe wieder hoch, Mann. Es wird zu viel da unten. Lauf nicht vor mir hin, ey. Du hast mich genauso gestarkt. Leute, gibt es irgendwo ein Endgame oder sowas? Lass mich mal bitte durch. Ich muss punchen, wenn es geht. Und die Kiste muss ich auch noch. Kann man hier von der Map fahren? Nein. Was ist sollte, Mann? Ja, weil hier so runter geht. Nein. Das wird in Spawn so scheiße gemacht. Die spawnen alle so heftig der, wie an dem einen Spawn. Und dann lebt es bei mir. So, ich muss punchen. Ich gehe einmal in die Kiste.